Modellfliegen ist Hobby und Sport für jedermann, unabhängig von Alter und Fitness. Und unabhängig auch von Bildung und Geschlecht. Jeder kann Modellpilot werden. Es ist nur eine Frage des Anfangen-Wollens. Und dazu möchte ich Sie mit den folgenden Bildern motivieren. Wow! 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 Das war nicht gut. Das wirklich einzigartige am Modellfliegen ist die Vielschichtigkeit. Scheinbar widersprüchliche Eigenschaften liegen dicht beieinander. Modellfliegen kann rasant und spannend sein, Modellfliegen kann aber auch gemütlich und entspannend sein. Je nach Temperament und Lust und Laune findet jeder Pilot seine persönliche Erfüllung. Und das nicht nur in der freien Natur. Wenn Ihnen die Bilder eben gefallen haben, liebe Zuschauer, dann sind Sie im richtigen Film. Willkommen in der Fliegerwelt. Dieses Video möchte Ihnen das Modellfliegen näher bringen. Und es möchte Sie ermuntern, selbst mit diesem schönen Hobby zu beginnen. Denn ein Flugmodell am Himmel vom Boden aus zu steuern, ist schon ein erhebendes Gefühl. Kaum eine andere Sportart schenkt Ihnen so viel Freiheit und Abenteuer. Kaum eine andere Sportart schenkt Ihnen so viel Freiheit und Abenteuer. Kaum eine andere Sportart schenkt Ihnen so viel Freiheit und Abenteuer. Kaum eine andere Sportart schenkt Ihnen so viel Freiheit und Abenteuer. Kaum eine andere Sportart schenkt Ihnen so viel Freiheit und Abenteuer. Das soll es für den Anfang gewesen sein, liebe Zuschauer. Sie wissen jetzt, wie Sie auf dem kürzesten Wege mit dem Modellfliegen beginnen können. Alles, was Sie jetzt noch an Informationen brauchen, erfahren Sie auf unserer Website www.rmix.de. Ich aber sage für heute Tschüss und ich wünsche Holm und Rippenbruch. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.